Jetzt muss ich die Erdung noch... Braucht man überhaupt eine Erdung? Nein, brauchst nicht. In Ungarn gibt es das nicht. Nein! Nein, das ist Glühbirne! Lass die Glühbirne! Oder nein! Mein Hund, da muss ich nicht mit alles spielen. Der Hund will Glühbirne fressen. Wenn ihr das habt, dann muss ich euch schnell was zeigen. Alle drei rein muss ich das zeigen. Das kann ich euch so nicht sagen. Ihr müsst dann runtergehen von der Leiter. Ihr müsst jetzt erst fertig machen. Ja, wenn ihr fertig seid. Ich will die nicht stören. Ich kann die nicht hängen lassen? Nein, das lässt keiner einen hängen. Achtung! Das muss ich nämlich für die Industrie- und Handelskammer rein. Das ist ein Vortrag von Blöden. Das ist ein Vortrag von der Leiter. Mach nebenberuflich Lampen-Montagen. In Ungarn. So, okay. Und jetzt, warte. Mach dir noch eine Liste. Nein, das kann ich nicht. Ich lange da nicht hin. Okay, gut. Super. Achtung! Jetzt kannst du losladen. Jetzt musst du mal warten. Jetzt müssen wir die so. Aha. Aha. Jetzt muss ich nicht gut. Jetzt pass auf. Das wird jetzt sehr interessant geworden. Oh ja. Das wird jetzt sehr interessant. Und jetzt einen Akkuschrauber. A-a-a-akkuschrauber? A-a-a-akkuschrauber. Hey, da werden drei Laufen wartet. Pass auf, Akkuschrauber wahrscheinlich nicht aufgeladen. Schrei, jetzt kommt er nicht hin, schrei, schrei. Schrei, schrei. Schrei, schrei. Das gehört normalerweise Pleiten, Pech und Pannen. Der Bitt ist zu kurz, der Bitt ist zu kurz. Er kommt nicht hin. Gib und schrauben Sie unten mit Kreuz. Von der Bald ist gefragt. Hast du keine Verlängerung für dein Bitt? Nein, gibt's das? Den größeren? Oder noch den? Warte, immer geht er auch mit hin. Der schaut besser aus, wenn ihr zu dritt rum seid. Oder noch größer? Der ist zu klein, der dreht durch. Der? Über da, da. Nein, der Schwarze ist größer. Der ist größer, aber der ist nicht so kurz. Ja, das ist nicht die übliche. Jetzt drehe ich den schon durch. Da muss man ja drücken. Nach rechts, in Ohrzeige sind. In Ohrzeige sind. Das kann ich auch nicht. In der Schweiz laufen die Uhren anders. Das geht schon so. Lass dich einfach so hängen. Nach rechts, nach rechts. Nein, nicht aufmachen. Zumachen. Ja. Rechts. Ich kann links nicht drehen. Was? Was? Was, was mich interessieren hat, für was, dass er die Schraubzüge im Maul hat. und den anderen nicht drehen. Na was, was, was? Was? Jetzt muss ich da rüber. Ich muss jetzt rechts machen. Was? Das geht nicht. Hey, was? Du wolltest doch, dass das nicht geht, gell? Dass doch nichts geht. Schau hin, schau hin, schau hin. Er glaubt es nicht, schau hin, er glaubt es nicht. Schau hin. Ey, nein. Das war bestätig. Dick. Jetzt pass auf. Jetzt weiß ich noch, ob das nicht ein oder aus ist. Das ist wurscht jetzt auch. Der, das ist nicht wurscht. Jetzt kriege ich die Schraube nicht mehr auf. Die hab ich schon durchgedrückt. Also, ich werde jetzt den Film beenden, weil du das sagst. Sonst ist der Alkohol leer.